Oh, tschüss. Ist ein Oper gestorben oder warum meinst du? Du meinst ja auch, warum meinst du denn? Tja, ich weiß auch nicht, ich hab gar keinen Grund, traurig zu sein. Ähm, er könnte ich... Da schmeckt ja nach Zwiebeln, das scheiß Zeug. Ach, äh, Herr, äh, Herr, Herr Först, äh, ich... Ich wollte nur, äh, ach, äh, Herr Getränkevorsteher. Was für ein Gift darf's denn sein, mein Freund? Ich hätte gern ein Gläschen weiter, nichts. Gut, und womit? Äh, bloß ein saures Glas. Na, nun. Hier. Was soll denn das werden? Ein besonderer Lebenssaft. Wo gibt's Schönheit und Kraft? Ja. Hier noch sein Leben und Knoblauch. Ja. Ein bisschen Knoblauch. So. So. Was hat er denn? Doch ein bisschen zu stark. Aber lecker. Das kam aus dem Herzen. Mein Gott, da war ja Land mit drin. Wo steht hier die Foster-Farm? Weshalb, weshalb interessierst du dich für die Foster-Farm? Naja, jedenfalls früher die Foster-Farm, nicht wahr? Jetzt gehört sie mir. Ich hab das Land gekauft. Ihm gehört das Land jetzt. Ah, die Foster-Farm. Wieso? Was gibt's da zu lachen? Ist das Land nicht für die Zwiebelzucht geeignet? Ach, Himmelchen. Zwiebelchen oder Pflanzchen. Warum lacht ihr über Zwiebeln? Zwiebeln sind sehr gesund. Soll ich dir mal verraten, was für dich gesund wäre, wenn du sofort von dir verschlimmest? Sonst gibt's in ein paar Minuten weder dich noch deine Zwiebeln. Ich schlage dich zusammen, dass du in keinen Sarg mehr reinpasst. Echt, Trablatt!